ARD Text im Auftrag von Funk Kann ich denn vielleicht den mal ausprobieren? Oh, die lassen sofort den Tiger los? Oder was? Nee Junge Okay, vielleicht ist das doch auch ein bisschen ungeeignet Ich glaube das sehen die Geh aus dem Weg Ich glaube heimlich hätte ich hier eh nicht viel machen können Der Monsieur da Nervt mich ein bisschen ab aber Naja War ein Scharfschützer aber Den konnte ich ja leicht erledigen Ja Jo Jo Der hat einfach mal einen Raketenwerfer auf dem Rücken Ach komm Lass die Jungs liegen Hä? Was ist da rum geflogen? Äh Suche in der Crazy Cockbahn nach Sam Ist das hier oder muss ich da ein Stück fahren? Naja, ich nehme mal Das gute Autochin Das ist bestimmt direkt da vorne Besseren Namen für eine Bar gibt's doch gar nicht, oder? Bin ich überhaupt hier schon wieder schon wieder unerkanntes Unerkundetes Gebiet? Der Leuchtturm ist da ganz unten Äh der Funkturm Trost zum Tauern Wisst ihr Dass ich irgendwie nicht dran glaube, dass wir diese Woche durchspielen Könnte knapp werden, ne? Ach, lese ich im Schnitt Oder ihr könnt Pause drücken Hier ist doch niemand böse, oder? Nein Guten Tag Crazy Cock war Genau Heilige Scheiße Den Crazy Cock gibt's Komm ich hier nicht rein? Hallo Gucken wir uns mal den Cock an Hey Hey, ihr? Ja Ich suche einen Freund, einen Söldner Nämens Sam Ich kenne hier nur einen Sam Hinten läuft eigentlich immer ein Pokerspiel Meistens sind es heute seltener Vielleicht solltest du versuchen, dich da einladen zu lassen Hinten Ohlala Ja, okay, hinten, ja Muss ich... what? Ach hier Wo gehst du hin? Na was glaubst du? Pokerspielen Das wird nichts, wenn du dir den Beil nicht leisten kannst Ist das genug? Na gut Na gut Du bist drin Okay Spiel Poker mit Sam Ich hoffe nicht wirklich, ich kann das nicht Ach er, was ist das? Willkommen im Spiel Frischling Setz dich Ich seh'n's Ich seh'n's Sört auf, ich kann das nicht Ich hole Da geh' ich mit Da geh' ich mit Da geh' ich mit Ja Hilfe Oh, jetzt hab' ich meine Mausgeschwindigkeit irgendwie verändert Oh, jetzt hab' ich meine Mausgeschwindigkeit irgendwie verändert Wie ist denn... da ist es Hilfe Okay... Was bedeutet das für mich? Äh... Dauert's euch zu lange? Ach hier kann ich den Gewinn machen, okay Äh... den Einsatz Race, Fold, All In All In Ich riskier's mal Die Runde setz' ich aus Passe Ich passe Ich hab' gewonnen Obwohl ich nicht weiß, was ich getan habe Ähm... Ist es vorbei? Schummelt so? Oh, der hat die Hand unterm Tisch Das Spiel langweilt mich. Ich steige aus. Jetzt schon? Soll ich lieber weiterspielen, Carl? Sollen wir den Einsatz erhöhen? Nein, nein, Sam. Ich sag ihr nur. Gut. Ich bin dann auch fertig. Ich hab sowieso genug. Ha, alle sind weg. Kann ich sie wieder mitnehmen? Okay, wir gehen wieder hoch. Für wem arbeitest du? Hallo. Willis schickt mich. Wie geht's ihm? Ich mache mir Sorgen um ihn. Hab schon seit Jahren nichts gehört. Ihm geht's gut, glaub ich. Los, los! Los, los! Los, los! Wo ist er hin? Drei blinde Mäuse. Ich finde Sam und Farki nach heute. Warum? Ich spreche mit Hörg. Heute Söldner. Okay, heute Söldner. Das ist die Geschichte von heute Söldner. Auftragskiller mit einem Herz aus Blei. Naja. Is Wurst. Acht neue Waffen stehen zum Kauf. Hallo. Deutscher. 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 Ich will heute töten. Ich will heute töten. Scheiße. Warte. Du bist Jason Brody, hä? Du hast Wars erledigt. Ja. Warum sagst du das nicht? Du musst abtauchen. Heute wird dich in tausend Stücke reißen. Das wird nicht leicht. Du bist ein Opfer deines eigenen Erfolgs, ja? Die Einheimischen greifen heute jetzt an. Er ist auf alles vorbereitet. Wir müssen seine Organisation sprengen, sonst ist sein Tod nutzlos. Aber heute weiß nicht, wie du aussiehst. Aber die hier kennt er. Was denkst du? Nein, 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 nein. Oder doch? Alles klar. Du musst bei den Söldnern anheuern. Halt keine Diskussion. Das wird eine Zwei-Mann-Operation. Und ich brauche dich da drin. Das Wichtigste zuerst. Dein Aufsehen muss stimmen. Wie? Wir klauen eine Uniform. Die neuen Rekruten kommen per Schiff und werden an den Docks abgefertigt. Finde ein Rekruten. Dann lasse seine Leiche verschwinden. Klaue sein Zeugs. Dann funk mich an. Und zwar auf dieser Frequenz. Okay. Ja, meine Mission. Hallo? Tschüssin. Hast du es auf Heutzinsel geschafft? Ja. Du hast nun bald das Ende des Tages erreicht. Zitra ist überzeugt, dass du der mächtigste Krieger des Stammes werden wirst. Alle Tatao gehören an dir. Wenn du überlegst... Das garantiere ich. Ich wusste, Chase. Um ins Zentrum zu gelangen, streife die Sorgen deines alten Lebens ab. Nur Zitra und der Pfad dürfen bleiben. Ich weiß, was ich tue. Tiefel! Hey, wer wollte mich da sehen? Hä? Da kommt ein Auto. Scheint. Ähm. Das war ungünstig. Das bezweifle ich. Könnt ihr mich immer nicht so einengen? Ja, ich kann dich doch einfach... Überrollen. Ja, okay. Ich steig vielleicht mal aus. Hab ich das nicht wieder gut gemacht? Okay, einer sitzt noch da drin, aber... Ha. Kommt noch welche. Ich wollte gucken. Das ist super. Inzwischen liegt der Funkturm. Da will ich hin. Der da hinten ist zu doof zum Aussteigen. Der wird jetzt vergammeln in seinem Auto. Ja, wir müssen jetzt... In der letzten Folge dieser Woche sein. Und ihr seht, es geht schon aufs Ende zu. Allerdings weiß ich noch nicht, wie genau... Also, wie lange es dauern wird. Vielleicht gucke ich noch mal bei anderen YouTubern so durch die Playlist. Ob da jetzt quasi... Das sieht schon wieder, ja. Ein Schwein. Ne, da fahren welche. Ähm, ich wollte sagen... Wie lange ich denn... Noch brauche, werde ich dann sehen. Ob ich das quasi schaffen könnte, wenn ich jetzt Montag und... Also am Wochenende und Montag, Dienstag Folgen machen würde. Oder ob ich eh noch... Viel mehr bräuchte. Demnach würde ich dann auch entscheiden... Ob ich noch mal mehr Folgen mache. Hallo? Ach, hier muss ich so durch und da hoch. Hallo? Ach, hier muss ich jetzt hier ja nicht so eine spannende Musik machen. Da muss ich hin. So. Wir sind drüben. Muss ich hier rüber. Balancieren. Da hoch. Und dann... Wieder runterfallen. Und wieder dahin springen. Warum zeigt der mir Maustaste 5 immer? Muss ich hier hoch? Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg war, aber... Ich hab ihn einfach mal genommen. Hier rüber. Äh... Da hoch. Hallo? Hier hoch. Ah. Und dann hier hoch. Der Sonne entgegen. Da unten ist schon das Ziel. Na, gucken wir erstmal das Gebiet hier. So. Damit hätten wir das getan. Und zwar sieht das so aus. Guck mal, wir haben ein Gebiet noch dazwischen. Das geben wir noch nicht. Oh, guck mal, wenn wir hier jetzt noch so viele Missionen hätten... Das ist auch... Guck mal. Gaze Town. Da haben wir schon einen Schnellreisepunkt. Dann... Ich wollte nur sagen, dann könnte das ja doch noch länger dauern. Da läuft einer. Ich kann doch immer noch nicht vom Seil ausschießen. Die müssen mich eigentlich voll gesehen haben. Hä? Ich muss da gar nicht hin. Ich muss da hinten irgendwo hin. Dann belästige ich die auch nicht. Dann belästige ich die auch nicht.